Ich guck später. Nur sie macht eine mir einen Abruf für Evo. Was ist keinem Vorteil, wenn ihr so in der Füße ist? Findest du nicht ein Simpsons? Ich mach doch gar nichts. Irgendwas wollt ihr alle? Geht mal alle schlafen. Ich mach doch gar nichts, sondern ich sitze doch nur. Miram, guck mal TikTok.de. Ja, soll ich jetzt gucken, oder wie? Ich komm aus NRW, aber ich arbeite mit 15 und arbeite beim Puppentheater. Krass. Puppentheater. Sehr interessant. Keine Schwimmung? Doch. Ey Leute, wie spät ist es? Ich kann nicht gucken. Ich bin schon im Libanon. Richtig, nein. 23.40 Uhr. Leute, soll ich noch was essen? Weil ich faste morgen. Bei Inge hab ich keinen Hunger. Ich glaub, ich schaff das. Er ist eh nicht lange. Bis 16.40 Uhr oder so. Sie sieht aus. What the fuck? Ich geh mal was essen. Ich überleg. Aber irgendwie, ich glaub, ich krieg dann Bauchschmerzen. Dann Kettos Dekai, ich glaube. Der hat meine Freundin mir geschenkt. Mein Gott, wie hübsch. Dankeschön. Rennst du dir echt so viele Tschetschen hinterher? Ja, ich kenn keine. Du darfst deinen Brust nicht zeigen. Mach ich gar nicht. Stell dich nicht zur Schau. Warum fassest du mal, ob ich nachholen muss? Von Ramadan. Ich muss sieben Tage nachholen. Ich hab schon einen Tag nachgeholt. Ich muss noch sechs. Ich hab dir seit einer Stunde geschrieben. Kannst du mir nach Livestream antworten auf Insta? Und wie heißt du denn? Was hast du mir geschrieben? Du bist schon ohne Make. Du hast mich doch gar nicht gesehen. Warum erst jetzt? Wie? Ach so, ja, weil man das im Winter eigentlich... Also man kann im Winter nachholen. Und ich mach das jetzt einfach. Ich kenn mir einen hübschen Jungen aus meiner Schule. Keine Ahnung, ich kenn keinen. Hä? Das Ding ist, ich kenn ehrlich niemanden aus meiner Schule. Ich geh einfach zur Schule. Leute, ich mach gar nichts in der Schule. Ich lerne. In der Pause bleib ich sogar manchmal in der Klasse. Wir könnten in der Klasse töten. Wenn ich Hunger hab, geh ich kurz Penny was kaufen. Oder ich geh raus, man muss mir Schminke kaufen oder so. Keine Ahnung. Ich kenn niemanden. Außer die Leute aus meiner Klasse. Mega, lass dein Fasten annehmen. Pass auf dich auf. Dankeschön. Ich bin Libanesen. Nein, ich bin nicht aus Stuttgart. Ich bin Libanesen. Ja, ich bin Libanesen. Ich bin Libanesen. Bist du aus Berlin? Nö, leider nicht. Ach, Bittarin, mein Kult. Okay. Wir übertrennig, wir sprechen Fakten. Junge, du kennst mich nicht mal. Du hast geurteilt. Du sagst, du urteilst dich, aber hast du, weil du sagst dich im Tschetschener hinterher, aber ich kenne nicht mal welche. Woher Ketscher? Halt mir mal eine Frau einen geschenkt. Erzähl doch mit Ali. Ich kenne keinen Ali. Ich kenne nur Ali, äh, Iraker, weil der meiner Klasse war. Wie geht's dir? Mir geht's gut? Wie geht's dir? Miriam, bei Gott, TikTok live, komplett unnütlich. Ich habe dann ja verloren und Leute sowieso. So, Haya, ich mach gleich aus. Du bist so hübsch, Lombardi. Dankeschön. Ich bin Libanäse. Hä, komm mal, kennst du nicht mehr Ali? Doch, ich kenne doch Ali, Iraker. Und ich habe ein paar Cousins, die heißen Ali. Mehr kenne ich nicht. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Nur einen schönen Jungen, den du kennst. Junge Rami, ich weiß, dass du das bist. Halt mal der Maul. Rami, da steht doch, dass, äh, wenn ich auf dein Profi gehe, steht da, kennst du Rami. Warum schreibst du mit deinem Fake-Account hier rein? Junge, kennst du Ali, da ist sie und du bist in den Hinten. Junge, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht, Junge, was willst du? Warum versuchst du sie bloßzustellen, ne? So, Priya, noch mal die Gedanken. Dankeschön. Warte ab, Rami. Schreibst du die ganze Zeit irgendwelche Sachen auf deinem Fake-Account rein? Aber wenn ich auf dein Profi gehe, da steht kein Surami. Junge, ich finde das ganz so lustig. Man kann zahnen, das sind keine richtigen Zahnsteine, den kann man abmachen. Voll hübsch. Dankeschön. Gehst du aber für eine Nachricht, ich denke nicht. Ich weiß nicht. Tada. Welche Religion bist du? Islam. Zeig mal, nein. Nein. Als wäre ich die Einzige, die sich schminkt. I'm lately reaching you while you're going to school, you are pretty, Mashallah. Dankeschön, aber wenn du auf meine Schule gehst, wieso schreibst du Englisch? Ah, ich habe es falsch verstanden. Ah, thank you. Das ist doch so. Was denn? Keine Schule, warte, ich mache dich. Bis zu Islam. Junge, Rami, sei leise. Marium, schöner Fake-Account, Rami. Echt. Oh, das ist aus Schien. Mashallah. Dankeschön. Lied. Dubai, kannst du sagen, Alter, du bist, ich bin 18. Oh, das ist so. Vielen Dank.